Hallo, wie geht's? Kann man euch was Gutes tun? Was wollt ihr denn nun? Ach ja, ihr wollt ne Qualifikation. Keine Angst, das kommt schon. Mir egal, wenn ich auf Beat bin, ich selbst breche trotzdem jede Skin und dazu noch jede Nase. Das Einzige, was ihr zu brecht, ist ne Vase. Und zwar dann, wenn ihr beim Weapon seid, bis ihr Dope seid, ist das noch weit. Ich zerstöre euch alle lyrisch, dazu brauche ich keine Womme, denn ich bin jetzt lyrisch, bitch. Meine Haare sind länger als euer Webkarrieren, ich bin im Battle-Bee, gleich zwei Barrieren. Ihr labert alle Nonsens, willkommen zu dem Konsens, dass ich besser bin, als ihr euer Text ist, so dünn, dass ich ihr früher hütlichen Landsmann vertragen. Ihr werdet alle versagen. Mal sehen, wer mich bettelt, bestimmt jemand, der Virenpenner bettelt, ich zerstöre, Träume, auch Wettegäume, mein erster Gegner sagt, bestimmt, dass ich alle rinsollen wäre, aber solche Landsleicht nicht wäre. Versucht mich ruhig zu dessen, ihr werdet euch wirklich verbissen. Für die Quali habe ich meistens die Menü gebraucht und Hypnoid gebraucht, ich streue mich gar nicht erst an, ich habe so lange Haare gebraucht, wie mir trotzdem leidzieht.